Ich hätte das nie gedacht. Nie hätte ich das für möglich gehalten. Entlassung. Was ist das schon? Du bist entlassen, na schön. Du bist eben entlassen. Hunderttausende sind entlassen. Das ist ja keine Schande. Du stehst auf der Straße, auf der stehen Millionen. Da fällst du nicht weiter auf. Dafür ist sie ja da, die Straße. Irgendwo müssen die Entlassenen ja stehen. Hätte ich nie gedacht, dass ich so aus dem Leim gehe. Als der Henner mir das sagte. Ja, wir siezen uns zwar. Er ist der oberste Boss. Henner, sie. Heinrich, sie. Aber was haben wir nicht alles zusammen unternommen? Als er es mir sagte. Zur Tür hat er mich begleitet. Die Hand auf die Schulter gelegt. Grüße an zu Hause. So nett. Sie auch, sag ich. Und kaum war ich draußen, hat es mich nur so geschüttelt. Geschluchzt habe ich aber sowas von geschluchzt. Ich sehe mich wie heute. Was sind das jetzt? Vier, fünf Monate vielleicht. Ich stehe in der Tiefgarage neben meinem Auto und hämmere den Kopf gegen den Betonpfeiler. Auch jetzt, wenn ich dran denke. Die Tränen. An was soll ich denn sonst denken? Ja, sehen Sie. Geht schon wieder los. Woher hat der Mensch diese vielen Tränen? Ich kenne keine Tiefgarage mehr. Das ist nicht so schlimm. Mein Auto ist eh weg. Und meine Mutter konnte nicht weinen. Hatte chronisch verstopfte Tränengänge. Aber ich... Danke. Und dann ging das mit Lichtgeschwindigkeit. Das Auto, das Haus, das Apartment in Savoyen. Und die Frau weg mit allen Kindern. Wunderbare Kinder. Sabine, ja, und andere. Der Bub mit aus dem Gesicht. Pascal, ja. Weg ist sie mit beiden. Wohnt jetzt in Seefels. Sagt, ich sei ein Ungeheuer. Ein sentimentales Ungeheuer. Ein Versager. Ich schlafe nicht mehr. Ich bin todmüde. Und liege da und kann nicht einschlafen. Ich höre auf die Geräusche im Haus. Ob meine Frau, ob sie die Koffer packt. Dabei hat sie die Koffer schon vor sechs Wochen gepackt. Kein Mensch im Haus, totenstill. Wie soll ich da schlafen? Ich erwürge die noch. Alle drei. Ich bringe mich um. Seilstrick in die Limmat. Das ist gar nicht so einfach, sich umzubringen. Ein Hotelzimmer neben dem obersten Stock. Dann runter zu... Naja. Ich bringe mich um. Das ist das Einzige, was sicher ist. Da mein Nacken. Seit ich entlassen bin, bin ich muskulär so... Sehen Sie, hier auch. Das ist Hexenschuss. Also ein beginnender Hexenschuss. Der schießt einem ganz unvermutet ins Kreuz. Den spüre ich stundenlang vorher kommen. Wie eine Ahnung. Eine absolut sichere Ahnung. Jetzt. Ah. Au. Ich habe Ausschläge seit hier. Allergien. Überall juckt es mich. Unerträglich. An den Beinen, im Rücken, im After. Hämorrhiden. Da werden sie wahnsinnig. Da setzt sich immer was fest. Da hinten. Brösel. Ein Krümel genügt. Und dann... Tja. Sehen Sie das da? Das ist das Augenlied. Das zuckt immer. Sehen Sie? Was ich zu mir selber sagen würde, wenn ich der Chef wäre und mich entlassen müsste. Ich zu mir. Ja. Ja. Ja gut. Herr Krause, würde ich sagen. Also, das ist ja eine seltsame Sache. Sicher. Also, Herr Krause. Ich bin gezwungen, Sie zu entlassen. Sie haben ja zwar ausgezeichnet. Wirklich erstklassig. Aber ich bin gezwungen. Es tut mir außerordentlich leid. Just den besten Mitarbeiter eigentlich. Keine Tränen jetzt, Herr Krause. Heinrich. Sie sind eine Heulsauce. Ich sage Ihnen das jetzt ganz offen von Mann zu Mann. Ein weinerlicher Waschlappen sind Sie. Ich kann nicht anders, Henne. Es ist stärker als ich. Ich kann Sie nicht ausstehen, Heinrich Krause. Wie Sie dastehen mit Ihrem saublöden Babyface und so tun, als seien Sie ein Adler. Krause. Dabei ist Ihre Nase ein eindrucksvolles Erbstück von Ihrem Vater. Der war ein Adler. Dem können Sie nie das Wasser reichen. Sie sind ein Kuckuck allenfalls. Eine Ente sind Sie. Ein Sittich. Ein Workaholic der dritten Art. Pathologisch. Die anderen Herren der Geschäftsleitung sehen rot, wenn Sie Ihren Namen nur schon hören. Haben Sie eigentlich keine Frau? Wissen Sie denn nicht, was eine Frau am Wochenende will? Die will Fun am Wochenende. Kameradschaftliches Shopping am Samstagnachmittag. Mann, Krause. Dann ein Dinner irgendwo mit einem guten Glas Roten. Und dann Heim. Und dann vielleicht noch ein Schlummer Whisky. Und dann ist Wochenende. Und dann Sex, Krause. Mann. Eine Frau will Sex am Samstag. Jede Frau will das. Jede. Auch eine, die so gut aussieht wie Ihre, Krause. Sie hätten ja auch eine hässlichere heiraten können. Jetzt haben Sie die. Und die will Sex am Samstag. Und zwar ein bisschen mehr als nur Beine in die Luft und zweimal rein und raus. Dann müssen Sie auch mal Ihre Fantasie ins Spiel bringen, Krause. Die haben Sie an solchen Fragen. Das weiß ich sehr genau, Krause. Sex ist was anderes als Jogging. Ihre Frau will eine richtige Schweinerei mal. Ja, was jede Grenze überschreitet, wo man sich danach voreinander schämt. Und zwar doch einzigartig herrlich. Hämmern Sie sich das endlich mal in Ihrem behämmerten Schädel, Krause. Man könnte sich umbringen, ihretwegen. Einen steifen Nacken kriegt man Hexenschuss. Alles juckt einen von unten bis oben. Sie sind ein Arschloch, Krause. Sie sind ein unerträgliches Arschloch, Krause. Schauen Sie mal in den Spiegel. Wenn ich Ihre Frau wäre, würde ich Ihnen noch gestern davonlaufen. Sie sind entlassen. Geht das so?